Ist das der Snipe, so früh im Game? Ist das vielleicht auch einfach nicht der Snipe? Oh, da ist der Flash. Sie kriegt natürlich. Das ist ja gar nicht unser TP! Jahrzehntelang war es eine Legende. Wie kann ich das canceln? Es war nur eine Legende. Niemand kannte es. Ja. Und jetzt, plötzlich, aus dem Nichts, entschied er sich, der Legende endlich ein Gesicht zu verleihen. Du sollst jetzt explodieren. Na! Was ist das denn? Das ist nicht das Lied, das ich dachte, dass es wäre. Ja, epische Musik, Tamtam. Morgana Jungle. Was zur Hölle? Dark Harvest, sehe ich. Majestic Empress ist auch geil. Den nehmen wir. Es ist Morgana Jungle. Holen wir dann mal eine Greenscreen-Frucht. Und mit meiner Greenscreen-Frucht geht es dann los. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Wenn nur einer, ja? Nur einer. Ein einziger, das euch im Chat beschwert, dass das scheiße ist. Kriegt ihr Bands. Direkt. Also Leute, Greenscreen-Frucht ist am Start. Tippt ihr immer schön, wie viele Kills ich mache. Ich bin natürlich Morgana Main mit 13.000 Punkten. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich mache, ey. Ah, ich hoffe, ihr seid alle glücklich. So, Red Trinket geholt. Direkt am Anfang. Weil wir sind schon geil im Ganken, glaube ich. Wenn wir eine Q treffen, halt logischerweise. Das heißt, bei mir dann halt auch wieder nicht. Aber wir sind schon geil im Ganken an sich. Wir müssen das halt nur hinkriegen. Oh, da habe ich so ein Heal gekriegt. Geil. Wieso hat das so wenig Cooldown, die W? Für jeden Tick kriegt die weniger CD, oder was? Das ist weird. Ich habe ja übel wenig CD da drauf, wirklich. Das ist voll nice. Oh nee, fuck off. Ich wurde nicht als Morgana-Jungle. Ich wurde als Morgana-Jungle im ersten Game invaded. Alter, Flash. Will nicht flashen, gut. Wird hier gleich auf Invadebarkeit getestet. Also, ich glaube, wenn man mich tatsächlich challenged, würde ich auf die Fresse geben. Aber so rum ist das halt... Oh. Oh. Ist das der Snipe? Ist das der Snipe so früh im Game? Ist das vielleicht auch einfach nicht der Snipe? Oh, da ist der Flash. Sie kriegt natürlich... Das ist ja gar nicht unser TP! Ähm, wir wurden gerade 3-Man-Toppt. Ja, mit einem TP und einem Double-Gank. Ähm, mit einem TP und einem Gang. Mit Morgana-Jungle auf dem ersten Top-Lang-Gank. Kann ich mich selbst ehnen? Ergibt das Sinn? Macht dir irgendjemand magischen Damage? Schnee, ne? Ne, gut. Haben wir jetzt auch einmal getestet. Wie soll ich das denn... Nein! Ich darf doch nicht dein Tower! Der tötet mich doch einfach. Der divet mich doch. Der ist Level 5. Hast du gesehen, wie viel Leben ich hab? Guck mal, der holt doch nicht mein Plating. Ist alles safe. Okay, wie stehen wir jetzt die Krabbe? Fragen wir uns, ja? Oh, gar nicht. Nice. Top sagt auch GG. Was ist denn momentan los in diesem Game? Da kann ich aber mich ehnen. Der macht mehr Magic-Damage. Siehste, wusste ich, weil ich Jungle-Main bin. Aber jetzt bin ich um. Ist nicht gut. Aber ich autotag den jetzt einfach zu Tode. Ist kein Ding. Weil dann krieg ich nämlich Mana. Und dann ganken wir hier. Ja, ich hab schon mal direkt daneben gehauen. Aber ist kein Ding. Es ist hab ich secured auf jeden Fall. Ich wollte die gerade ehen. Nice. Mit dem Autotag secured. Ich bin so gut, ne? Ist unglaublich. Äh, Hilfe. Du siehst schon, dass ich Morgana bin, oder? Dessen sind wir uns bewusst, ja? Ja, guck mal. Da kommt nämlich das Problem. Ich kann das auch nicht tanken. Okay. Was für ein Inter. Hilfe. Wir müssen jetzt hier weiter angreifen. Also, ich weiß nicht. Also, die Teamarbeit. Ja, was soll ich denn denn zu früh smiten? Willst du mich verarschen? Damit die den dann fertig machen. Also, ich hab ja null Damage. Like. Zero to fucking nothing. Äh, hallo? Können wir uns mal ein bisschen hier an Regeln halten? Äh. Zum Beispiel, dass man nicht Morgana Jungle invaded. Jetzt wär ein guter Zeitpunkt für dich, um mir zu helfen. Okay, ich dachte, die wär ein bisschen schneller da. Und ich dachte, ich würd ein bisschen länger überleben. Aber wir sterben einfach nochmal hier drüben. Ist ja kein Ding. Alter, was macht denn unsere Jelaui? Wo Tentakel die hin? Jetzt hat sie den Klon geultet. Aber es reicht. Leute, das wird nicht gut. Der invadet mich. Ich bin Level 4. Der ist Level 6. Ich bin 2 Level unter allen. Like, ich hab ja... Also, ich hab wirklich null Clear. Ich weiß nicht ganz, wie man mit Morgana ein Clear hat... Ja, genau. Nimm auch nochmal die Gems. Sure. 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 Da wird auch gecleared. Schön. Alles klar. Mein Jungle ist einfach komplett RIP. Take XP. Ja, das ist ein Argument. Ja, okay. Ja, ich mach ja schon. Alter, meine W macht jetzt übel viel Damage. Ist aber halt ein bisschen spät. Jetzt bin ich halt schon komplett behind. Ich bin noch nicht mal Level 6, Alter. Ich bin noch nicht mal Level 6. Ja, krieg ich hier XP geleached. XP leecher 2000. Und jetzt into Gank. Lane Gang. Der Insane Lane Gang. Sind die da? Nee, ne? Alter, unnormaler Gang. Ja, sure. Lass machen hier. Ich sterbe nur bestimmt, bevor ich auch noch annähernd was machen kann. Ai, ai, ai. Machen wir nochmal Damage hier. Ich glaub, wie viel hab ich gemacht? 18 oder sowas? Probieren wir mal. Vielleicht können wir uns, können wir sie noch retten da oben. Bot Lane hat sich schon wieder verabschiedet. Wie viel Leben hab ich eigentlich? 900. Ich hab 900 HP. Das müsst ihr halt euch auch mal ausdenken. Ich hätte jetzt sehr, wirklich sehr, sehr gern einfach gesmited. Aber ich krieg die nicht. Gut. Aus dem Leben geehrt. Das war jetzt ein bisschen witzig. Aber ich musste die gerade für 100. Ich hab geflasht. Wann hab ich ihn geflasht? Hab ich geflasht? 100 HP. Das müsst ihr halt euch auch mal ausdenken. Ja, das Jungle Matchup geht auf jeden Fall gut für mich aus. Oh, der hat Angst vor mir. Der hat Angst vor mir. Der 55 HP Tower. Der ist es. Ich weiß, das Game sieht nicht gerade rosig aus. Ne? It ain't over till it's over. Ich lasse nochmal hier ein Ward im Drake Pit und sterbe dann an dem Dingens. Genau an dem da wollte ich eigentlich sterben. Aber der hat sich anscheinend vorher vorgenommen. Ui, da wollte ich gerade noch schilden. War nicht mehr nötig. Äh, ja hier. Drake. Das ist ein Free Drake. Wollt ihr mir auch helfen? Oder wollt ihr einfach nur inten? Ich sterbe einfach vorher. Ich sterbe vorher nicht, weil ich den einfach outside steppe. Haha. Ist die gerade in meiner W drin geblieben? Nico, Hilfe, bitte. Bitte, Nico. Du hast doch gerade eben gesehen, was passiert, wenn man mich den alleine machen lässt. Oh, und er ist scheiße. Meine W habe ich nicht mehr gesetzt bekommen. Schade. Die kann er aber töten. Die kann sie töten. Die kann sie töten. Den kann sie töten. Nice. Schöner Flash. Ganz, ganz schlechte E. Sehr, sehr gute Ult. Ja. Also, bevor mir jetzt irgendjemand sagt, Morgana ist gut, ne? Das war alles Lack. Das war alles ausnahmslos komplettes Lack. Ja, also so viel Glück hatte ich, glaube ich, lang nicht mehr. Ich meine, ich nehme das. Aber, alter war das alles Lacki. Ja, wir machen Damage auf jeden Fall. Und die hat nicht mal MR gebaut. Ah, 5%. Jedes Mal, wenn ich geheilt werde durch Ulti. Das ist interesting, to say the least. Das heißt, wenn ich irgendwie meine Passivist Spells heal her. Ja, okay. 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 Ja, jetzt kriegen wir auch ein Clear. Langsam. Jetzt eine Stopwatch wäre natürlich noch insane für den nächsten Pite. Aber ich glaube, so viel Luxus haben wir nicht. Nice try. Alter, sidestep Gott hier. Äh, was macht die Poppy hinter uns? Ich muss flashen. Sonst, wenn ich mich jetzt einfach in die Gegner rein ehe, wäre ich dead gewesen. Das war getroffen. Äh, äh. Äh, okay. Gut. Okay. Lass doch pushen, Leute. Lass doch pushen. Wollt ihr nicht pushen? Erstmal Q da benutzen, Alter. Klassiker. Da habe ich auch selber Schuld. Jetzt weiß ich nicht. Also, wenn wir alt zusammen Tower gemacht hätten wir die, glaube ich, einfach machen können. Aber weil ich, dass ich alleine war. Und auch das Minion Q, um nicht mal CS zu bekommen, wenn die da auf die Lane raufgelaufen kommen. Also, müssen wir nicht tun. Wie stehst du? 1-7 inzwischen. Nice, du machst also diese Runde mich. Warte, die macht den alleine? Hier ist niemand sonst. Die macht den alleine. The fuck? Wollt ihr mir hier helfen, Leute? Ich kann da jetzt nicht einfach hin. Ich schlicht, ja, nee. Ich hatte Zero Vision auf den anderen. Ja, das ist jetzt halt hier wieder dieselbe Geschichte. Poppy splittet. Und die macht halt nicht schnell und nicht viel. Aber einfach, weil sie tanky ist, brauchen wir ewig, um die zu töten. Ich kann nicht mehr das setzen. Ich benutze Sonjas, Gegner so, haha, don't care. Gegner benutzen Sonjas, Gegner so, haha, gameentscheidendes Play. So, jetzt haben wir Dauer Sonjas. Das heißt, ich kann jetzt in jedem Fight vergessen, Tee zu drücken. Das ist immer sehr wichtig. Das ist meiner. Das ist so hart meiner. Ich kann nur mit Ult rein, vielleicht einfach. Alter, das war ja ein Zähner Movement Speed. Holy shit. Aber ich krieg trotzdem da keinen Kill raus. Das reicht für gar nix. Ich hab auch keinen Mahner, ey. Oh mein Gott, das wäre einfach ein Kill gewesen da. Ich vollidiot. Wie geht das daneben? Ähm. Also, ich bin kein Experte. Actually, ich bin Experte in League Games verlieren. Das sieht nicht gut aus, wollte ich sagen. Mädel, hör mal auf. Reicht jetzt auch. Meine Damen und Herren, Morgana Jungle, nur für Sie live weggeintet. Warum zur Hölle spiele ich noch League of Legends in 2020? Ich hab keine Ahnung. Altab Valorant. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017